Der Captain spielt Doom 3 immer noch und wir stehen vor der Entscheidung Leiter runter, ja oder nein, aber uns bleibt gar keine andere Wahl. Von daher müssen wir sehen, was uns da unten erwartet und ich denke nichts Gutes. Oh oh, so wenig HP hatte ich schon lange nicht mehr, ne? Und schon hat sich das Problem wieder, oh, schöne Ausrüstung. Oh, ich dachte gerade, da kommt einer. Dekontaminierungskammersequenz initiiert. Okay, jetzt müssten sich oben die Türen geöffnet haben. Er lebt noch. Aber er ist durch die Tür gegangen, ne? Hörde Schwein. Die geht immer noch nicht auf. Die geht jetzt auf, äh, warte mal kurz. Die ist immer noch zu, okay. Also führt uns unser Weg hier lang. Dekontaminer... Dekon... Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Premiersystemausfall. Systemabschaltung. Backupsysteme online. Oh nein, bin ich jetzt nicht dekontaminiert worden? Sowas aber auch. Was? Wartungspersonal in Kammerrei. Erforderlich. So leicht mache ich es euch nicht, Freundchen. Der Teleporter. Raketenknochen. 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 Na komm. Ratsch. Ratsch. Gut. Setzen wir das nächste Ziel... Also, ja es bleibt uns ja eigentlich nur Plattform 4 übrig, ne? Dann sollten wir uns mal.... Seht eigentlich kein Cheek aus. Oder... Plattform 4. Aus. Okay. Oh nein, nur noch 19 Reserve. Das ist nicht gut. Das sieht auch nicht so ganz gut aus. Versuchen wir es erst mal. Ach, hier ist auch eine Teleporter-Karte. Moment. Sehr gut. Ach, hier bin ich jetzt. Von da bin ich gekommen. Moment mal. Hier war ich doch schon. Hier bin ich doch angefangen. Hä? Oh nein, sag nicht, ich bin... Nee, Moment. Das macht ja gar keinen Sinn. Das war ja der logische Schritt, dass ich hier lande. Aha. Mitgedacht statt nur gelacht. Ach, hier schon wieder. Das ist auch nicht richtig... Ich bin irgendwo falsch. Ah, Moment. Nee, die ist immer noch zu. Also nochmal zurück. Also Plattform 4 war falsch. Plattform 3. Ausgelegt. Plattform 4. Ausgelegt. 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 Plattform 2. Plattform 2. Ausgelegt. Ausgelegt. Wird hier wohl stimmen, oder? Hier. Hier war ich noch nicht. Definitiv nicht. Martin Schulte. Martin Schulte. Hast du uns noch irgendwas zu sagen? Okay, gut. Nichts, was jetzt... ...entscheiden von Belang wäre. Wo geht's da lang? Ach, hier hin. Ach, hier sind wir. Moment. Aber was war jetzt... Was hat sich jetzt verändert? Verstehe ich jetzt nicht. Das... Äh? Das ist jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Wieso, wieso? Hat sich hier was Neues gemacht? Kann man hier Neues scannen? Nö. Plattform 1. Ausgewählt. Geht's voran, Marie? Die Reise ist umsonst. Du stirbst und deine Seele gehört mir. Doch, wir sind weiter. Ja, wir sind über die zerstörte Brücke drüber. Ja, sehr schön. Da lang oder da lang? Ja, da ist das Ziel. Aber wir sind ja neugierig. Nichts. Okay. Alles durchgeladen. Wir haben das Level-Ende erreicht, liebe Freunde. Und es geht weiter zur Delta-Labor Nummer 4. Du wirst das Ding, das du suchst, nicht finden. Es ist für immer in der Hölle eingeschlossen. Das sehe ich anders, mein lieber Freund. Das sehe ich völlig anders. Es passiert jetzt irgendwas. Irgendwas geht jetzt richtig ab. Burn. Suffer. Du kommst nicht nah genug an mich ran, mein Freund. Ist das was? Kampf? Was? Jump? Okay. Die Musik verheißt nichts Gutes. Och, er macht immer noch fleißig seinen Job. Oh, der große Teleportler. Aber... Ich muss wahrscheinlich hier erst noch was machen. Oh, der große Teleportler. Aber... Was war denn hier? 1.04. Für 1.04 habe ich doch einen Code. Wie lautet der Code für 1.04? Wo habe ich den gesehen? Den habe ich irgendwo gesehen. 1.04. Das sagt mir irgendwas. 1.05. 1.04. Nein... Funktioniert ja auch? Na ja, komm, lass es ein. Ist irgendwo ein PDA? Ja, okay. Ja, das habe ich verdient. So, Gelächter bitte ausklingen lassen. Okay, okay. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ja, manchmal ist man auch einfach nur dämlich. Mehr gibt es hier nicht zu tun? Das verspricht dann nichts Gutes, wenn das Einzige, was hier ist, die Aufstockung der Munitionsvorräte ist. Und was uns dann im großen Raum erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Aber da hat es nicht zu tun. Die aufstockung.